Die hierzu erwerbende neue 2-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Wassenberg. 2014 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Immobilie ist stufenlos zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Parkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 57 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 129.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020